es ist rechts der eigentliche frau doch wenn der kappe ja wo sie nicht mit sie hat es nicht nach stimmte so als saa tag vielleicht haben wir da bisher die chancen heute fledermaus du das ist bledermaus alter alter sich der eben nicht fliedermaus und so hässchen doch schon erhältst du noch so besser ausgeschaut dann hat es ein pistolen ok mal schauen wo es jetzt schreibt und das was ist oder ja da die man ist schon dort ja so hätte es stimmt mal wie bleibt macht was hat so wir haben da wieder ein bisschen was eingestellt knappi 23 umfahren da schreibt das schon jemand what the fuck no na ist mir da geboilert also ich habe auf jeden fall umgebracht und und zwar mit mit beschädigt ich hätte bei und die von sonn wieder vielleicht der nächste ist oma heute hat der hand im chip drin oder sind in dein schieb der habe mein schieb drin ok der gleichen folder wird schon mal gemacht quasi pack das ist jetzt die frage was soll ich jetzt aber eigentlich groß machen der afg ist und bist du bist du jetzt an die und dich von na der hallo das ist richtig das ist richtig her wie er denkt so heute ja wenn es zwei mal oben wissen jetzt ist es höchstens auf mich. Okay, vielleicht schaff ich. Zu schnell. Viel zu schnell. Ah, da hätte ich vorwärts vor sollen. Das hat passt, das war schon gut. So, Abdeckungsmanöver. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja, ja. Ja, keine Chance. Scheiße. Bühne. Genau, richtig. So, den Block. Ja. Z, 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 Z. Z, Z, Z. Okay. Leute, ist down. Der im Golden ist, ist der down. Ja, super. Leute. Geil. Steig rein. Achtung von rechts. Hinter dir. Ich bleibe jetzt einfach mal hier rum. Und schau mal, was passiert. Ich kann jetzt den Golden wechseln, glaube ich. Ja, okay. Ja, stimmt. Der Gold ist eigentlich nicht schlecht. Aber der steht ein bisschen blöd, geil. Äh, dran und hoch. Was soll ich zu dem Zeit? Aber die Türen sind, als ich geschlossen. Passt. Du bist jetzt so versteckender, oder? Ja. Wenn wir Zeit bekommen, dann kriegst du die Breitzeite. Jetzt müssen wir das erste Mal so kommen. Ach, nachladen. Okay. Das heißt, so ohne... Oh, jetzt fahre ich über der Leiche drüber, sorry. Problem, Alter. Der ist das, Bro. Oh, oh. Schau dahinter verstecken, oder? Ich glaube, das mache ich ganz gut. Oh, oh. Nein. Und jetzt auch. Achtung, er kommt. Scheiße. Ja, ja, ja. Oh, der kennt sich aus. Der kennt sich aus. Ah. 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 Fahre hin und rein rum. Ich glaube, ich erwischt den Fall immer, hey. Ja, er dich auch. Oh, mir bloß ein bisserl. Ah. Nachladen. Wir haben jetzt Munition ausgegangen, glaube ich, oder? Meinst du? Ja, wenn er da vor hat, oder? Das könnte ein Bluff sein. Ja. Ja. Alter, der hat 500... Ich habe ja nur 400 Munition. Ja. Okay. Oh, das ist erst mal ausgeschaltet, wenn er da... Mann! Ich krieg den hier. Ist doch schon fast down. Mann, der erwischt mich an. Scheiße. Eine Minute nur. Alter Schwede. Andi, was soll die machen? Rückwärts von uns mit Opfer. Aber... Der kommt da wieder, oder? Ja. Ah. Rückwärts von uns ja mal. Oberbürgermeister. Rechts vor dir. Rechts vor dir. Rechts noch! Ah, ich muss... Ich muss doch blocken! Ich glaube, der hat wirklich fast keine Munition mehr. Weil der spurt irgendwen mit der Muni. Ja. Ja. Ich habe nur 300. Naja. Oberbürgermeister seitlich, ja. Alter! Scheiße! 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 Wieso muss der jetzt nachladen? Warte, gib Gas! Fünf Sekunden noch. Und jetzt? Zwei. Und jetzt? Gleichgestand, oder was? Beide Verlierer wahrscheinlich. Denke ich ja. Ja. Ach, und bloß wieder durch mich. Weil wir einen wieder... Ja. Ja, einen habe ich ja noch erwischt. Ja. Auf einen anderen jetzt. Jetzt haben wir eh bloß noch wieder 4-4, oder? Ah, halt da. Ach, komm. Wird er aus der Mission geworfen.